Er lässt sich nicht schickern davon, ne? Der bleibt... Der bleibt da in seinem Ding drin. Ah, ah. Wie sie alle hier anhalten. Ich würde nur den Typen da hinten killen. Ey. Zeig's mal langsam. Jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann ich mich um den da hinten noch kümmern. Und dann geht's rüber. Oh. 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 Ha, ha, ha. Woo. Krusty. Krusty. Oh, vor mir. Was ist los? Vor mir war... Ich hab den schon mal direkt gekillt. Okay. Ich möchte mitspielen. Yo. Okay. Let's go. Ich hab heute so wenig Kates gemacht im Ball. Deswegen. Pass auf, du gehst ruhig ein Stück vor. Ich bleib hier oben. Ja. Dann kann ich dich ein bisschen... Aber wir müssen dann auch wegen der Zone, ne? Ja, ja. Alles gut. Ich guck mal, ob ich... Ach, rechts kommt auch noch ein Team. Oh. Ah, ja. Seh ich, seh ich, seh ich. Kann gleich was machen. Ich weiß, sie legen sich hin, oder? Er legt sich hin. Okay, ich werf gerade mal Nades. Hatcher, ne? Oh. Meine Nades hat einen. Schön. Jetzt wird die unten da. Ja. Ah, ich sehe die. Die laufen zu den Leichen. Ja. Einer hat einen Hit schon. Ja. Ähm, ich werde mal hier links flankieren. Lass dich auf jeden Fall jetzt nicht holen, weil ich gerade am Flanken bin. Ich bin am Flanken. Ey. Der frisst einfach. Ich muss mich eben einmal heilen. Ja. Ich pushe jetzt gerade rein. Aber ich kann dir gleich einen Headshot geben. Der ist an der Palme. Ist der. Einen habe ich schon mal. Ja. Ist ja gut. Versteckt sich gerade. Heilt sich. Ja, ich komme vor. Ich komme vor. Ist tot. Okay. Nice. Oh, die sind so ein gutes Team. Oh mein Gott. Oh. Das war nicht meine Nades. Die müssen hier 320 sein. Da, ich sehe die. Ja. Äh, die sind Nordwesten direkt. Headshot down. Nice. Ich pushe. Rechts, rechts. Hat Hit. Ich komm, ich pushe, ich pushe. Oh. Alter, wir sind voll in the game. Nice, Kili. Oh, die Dreierwässer von dem ist einfach komplett rot. Willst du den Gili haben? Ey, nee, nimm du. Ich kann nichts mehr tragen. Ich kann einfach nichts mehr tragen. Ich find den Gili voll cool. Oh, der hat die Großer. Oh ja. Warte, das kann kurz ein bisschen dauern. Aber wir sind ja hier bei der Zone, ne? Ja, das stimmt. Alter, macht das Bock, Warte. Das läuft einfach. Ich geh nicht vorhin so. Ich bin immer zu aufgeregt. Oh, ich lauf schon mal. Ben, gerade mit Quantum. Schuss auf mich von 72. Ja, Halle irgendwo. Wir laufen ja gerade an jedem Spieler hier vorbei. Krass. Hier ist ein Buggy gepackt. Aber ich weiß nicht genau, von wo die geschossen war. Irgendwo auf Halle. Ah, ja, ich seh den. Wo? Ah, am Container, ja. Ah, ja, ja. Hat sich hingelegt. Denkt schon rechts, ja. Der hat sich da hingelegt, stimmt. Der ist an dem Zaun dran. Der hat sich da... Ah, der eine kommt schon wieder. Einer hat einen Hilf. Okay, und der andere, der hat One-Hit. Der ist in dieser kleinen Hütte, die da ist. Okay. Diese, die an dem Zaun dran ist. Der ist genau in der einen Ecke da. Die vordere, die es zu uns zeigt. Ah, okay. Down. Nice. Oh, mein Gott. Wie viele Kids hast du jetzt schon? Ähm, sechs. Sechs, oh, haf. Wir haben schon 14 Kills jetzt gerade. Alter. Ich brauch eigentlich gar nichts mehr tatsächlich. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich nehm noch ein bisschen Granaten mit. Die sind immer ganz cool. Ja, wir haben aber Waffen. Die Waffen. Wir sind gut. Hier, lass mal auf den Berg hochgehen hier rechts. Dann haben wir High Ground. Das wär gut. Gute Idee. Dann können wir nämlich die ganzen Leute, die jetzt ankommen, abfangen. Die von Westen kommen. Ja, da rechts kommen welche. Ja, seh ich schon. Sehr gut, sehr gut. Die haben uns vielleicht auch schon gesehen. Aber der hat noch einen Einzelhelm. Boah, bitte bleib irgendwo schön. Hier, Klaus. Klaus? Er ist hier. Ab, ab. Beide? Schön. Die anderen, fuck, Paul, hörte ich hier, Klaus. Und die haben sich aufgesplittet. Knoppt. Nice, okay. Und den anderen seh ich unten. Ist tot. Wow. Alter, wir sind so ein Teil. Das ist die übelste Rage. Hier oben rauf einer. Ist geil. Hier können wir uns auch hinlegen und so. Wir müssen Leute sein, weil der Typ hat hier in die Richtung geäumt. Ja, ich guck gerade ein bisschen. Es sind noch drei. Also sind nicht mehr viele. Also vielleicht ein, zwei Teele. Hinten, 100, 100. An dem Drop dran. Ganz hinten an dem Drop. Siehst du ihn? Ja. Zwei Leute sogar. Der andere Spieler, 160. 150. 160? Der ist one shot. Ja, der ist one shot. Der ist hinter der Hütte, ne? Ja, ich geh mal hier runter. Okay. Andere sind da hinten. Dass ich den hier besser abfahren kann. Oh, ein Hit. Oh, nice. Auf Long Range, oder was? Ja. Uh. Den von der Hütte hab ich da. So, gleich. Warte, warte, warte. So, das wird, oh, das wird eine coole Nate hier, glaub ich. Nee. Stimmt, Nate haben wir auch. Oh, ich hab nicht mal auf dem Holz. Ich hab ein bisschen geholfen. Hit. Am besten jetzt runterkommen wegen der zone würde ich sagen ja ich komme muss mich noch mal schnell voll und dann dann wurde es beendet die rage runde alter wo genau sind jetzt die sind so 160 170 so muss mich einmal also noch auf der anderen straßenseite oder was hier 160 also ja die sind hier ziemlich close weiter rechts hier irgendwo ok weiß jetzt leider nicht wo die sind sind ich schon die sind dann schon rüber gepusht ja ja gut dann müssen die hier sein denke ich ja ich sehe die ich auch einer ist von der zone gestorben und nein das gibt es ja nicht wo schön die kills können wir den noch irgendwie holen der ist hier klaus direkt hier oben auf dem hügel naja wieviel geht es neun ich habe zwölf oh mein gott ja mann nice runde oh mein gott was ein